Moin, mein Name ist Alvo. Feuermachen im Wald, etwas, das viele sehr kritisch sehen, viele aber auch sehr positiv, was aber natürlich rechtlich geregelt ist. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, ob es überhaupt erlaubt ist, im Wald ein Feuer zu machen. Viel Spaß mit dem Video. Wir fangen mal wieder mit der Theorie an und gehen dann später in die Praxis über. Und dann möchte ich euch noch ein paar abschließende Worte als meine Funktion als YouTuber sagen, weil es kommt auch ab und zu vor, dass ich Kommentare über Feuermachen erhalte. Die Theorie, also ist es rechtlich erlaubt, im Wald Feuer zu machen? Nein. So einfach ist das. Keine Arten von offenem Feuer sind irgendwo im Wald erlaubt. Weder im Naturschutzgebiet, noch im Privatwald, noch im Forstwald. Also eigentlich praktisch nirgendwo. Das heißt, wir nähern uns eher von alles ist verboten zu, ein bisschen was ist vielleicht erlaubt. Was ist denn zum Beispiel theoretisch erlaubt? Natürlich alle Arten von Trekkingplätzen, wo vorgesehene Feuerstellen sind. Das ist natürlich klar. Deshalb sind solche Trekkingplätze auch beliebter Anlaufspunkt. Ich muss sagen, ich finde, es gibt zu wenig und vor allen Dingen auch zu wenig Informationsquellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn da in den nächsten 20, 30 Jahren, sowas dauert ja immer ein bisschen, sich da ein bisschen was tut, damit das alles einfacher wird. Genauso wie ich mich darüber freue, dass die allgemeine Waldlandschaft immer ein bisschen weiter wächst in Deutschland. Das sind zwei positive Entwicklungen, die ich sehe, die ich auch gerne vorantreiben möchte. Wenn wir jetzt aber keinen Trekkingplatz bei uns in der Nähe haben oder irgendeinen Fahrtfinderplatz oder ich habe hier vorne einen Vereinsplatz, der ist in der Lage her, finde ich den nicht besonders schön. Aber wenn ich mal ein richtig großes Feuer machen will oder vielleicht mal ein paar Kumpels mitnehmen will, dann wäre mir das da durchaus erlaubt, wenn ich vorher bei dem Verein anfrage. Darf ich als Waldbesitzer eigentlich einfach so Feuer machen? Nee, darf ich auch nicht. Hört sich erstmal doof an, weil irgendwie ist es ja mein Eigentum. Das Problem ist, Wald grenzt oftmals an anderen Wald und nicht immer gehört dem Waldbesitzer alles. Sogar eigentlich eher selten, wenn man mal ehrlich ist. Das Problem ist diese Einschränkung, dass man nicht einfach so Feuer machen darf, wurde geschaffen, damit man nicht in seinem Wald Feuer macht und seinen Nachbarwald, weil das kann ja überspringen, damit mit abfackelt. Kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch genauso Menschen, die einen Wald besitzen, nachvollziehen, die darüber ein bisschen genervt sind. Man braucht dann halt die Erlaubnis der verwaltenden Forstbehörde. Man muss das schriftlich einanfordern und so weiter und so fort. Genauso als Jäger, wenn man sich einen Pachtvertrag holt, dann muss man das wieder über den Waldbesitzer, über die Waldforstbehörde, dann alles anmelden. Aber dann ist das normalerweise kein Problem als Waldbesitzer, als guter Freund vom Waldbesitzer oder als Jäger. Das sind so halbwegs anerkannte Gründe, aber man muss trotzdem den Papierantrag stellen. Als Otto-Normalverbraucher ist es uns also nur erlaubt, offenes Feuer zu machen auf Treckenplätzen? Ja, das ist leider so. Und dazu zählen auch jegliche Art von Spirituskochern, Gaskochern. Es werden sogar Petroleumlampen, je nach Richter, mit dazu gezählt. Obwohl das ja eigentlich kein offenes Feuer ist, weil das ja ein abgeschlossener theoretischen Glasbehälter ist und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was eine Flamme verursacht. Und darunter wird in manchen strengen Bundesländern sogar das Rauchen gezählt. Das heißt, es gibt Bundesländer, die verbieten allgemein im Wald das Rauchen. Die kann ich euch hier nicht nennen. Guckt euch dazu gerne ein paar andere Rechtsvideos an oder forscht in eurem Bundes- oder Landeswaldgesetz mal nach. Ich persönlich habe Glück oder eigentlich nicht Glück, weil ich habe das beabsichtigt, in diesem Bundesland zu leben. Ich bin ja vor einem halben Jahr, ein bisschen mehr als einem halben Jahr, bin ich jetzt endgültig umgezogen. Seitdem habe ich ja auch den kleinen Zammweiß, der hier gerade eingerollt zu meinen Füßen liegt. Und ich darf in Niedersachsen von November bis, ich glaube, Ende Februar, korrigiert mich, vielleicht auch Ende März, ich glaube aber bis Ende Februar, ein offenes Feuer tatsächlich im Wald machen. Solange ich mich an allgemeine Sicherheitsbestimmung halte und solange das Forstamt nicht eine erhöhte Waldbrandgefahr irgendwie ausruft. Das heißt, das Forstamt darf das natürlich einschränken, wenn wir zum Beispiel einen extrem trockenen Winter hätten, wo es auch passieren kann, dass durch ein offenes Feuer der Wald einfach anfängt abzubrennen. Niedersachsen ist da tatsächlich das einzige Bundesland, das das so offen für alle erlaubt. Was ich ehrlich gesagt sehr schön finde, da bin ich aber auch nicht ganz kritiklos mit in dieser Position. Zu den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einmal ganz kurz gehört natürlich dazu, dass jederzeit das Feuer überwacht ist, dass es jederzeit löschbar ist. Ganz klar. Außerdem natürlich, dass man vermeidet, dass ja Bäume zum Beispiel anbrennen oder andere lebende Pflanzen. So, das war die Theorie. Wie sieht es denn eigentlich so in der Praxis aus? In der Praxis stört es, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, nicht einmal die meisten Förster, wenn man einen Gaskocher benutzt. Wenn es nur darum geht, sich sein Mittagessen auf einer Trekkingtour warm zu machen, ob das jetzt in einem kleinen Spiritus-Trangia-Kocher ist, ob das in einem Gasdruck-Kocher ist oder ähnliches, das habe ich noch nie irgendwo gehört von einem Bekannten auf dem Outdoor-Treffen oder bei mir selbst erlebt, dass das irgendwen gestört hätte. Also das ist in der Praxis eigentlich kein Problem, auch wenn es theoretisch eine offene Flamme ist und somit natürlich auch verboten ist. Also bei mir ist das so, ich habe auch schon mal in einem Naturschutzgebiet ein kleines Feuer gemacht, an einer Stelle, wo ich wusste, dass dort der Naturschutz, der da betrieben wird, nicht vorhanden ist. Also wie soll ich das am besten ausdrücken? Es gibt immer einen Grund, warum ein Naturschutzgebiet dort ist und an dieser Stelle war dieser Grund nicht vorhanden. Ich sage euch aber ganz ehrlich, es ist a. verboten und b. wenn ihr euch vielleicht nicht so ganz gut auskennt, würde ich euch niemals raten, etwas nachzumachen, was gesetzlich nicht erlaubt ist. Auch habe ich schon mal in einem Naturschutzgebiet auf einer bereitstehenden Bank einen Trangia-Kocher benutzt, um mir ein paar Nudeln warm zu machen. Da muss ich sagen, sehe ich überhaupt keine moralischen Bedenken, aber das ist natürlich genauso trotzdem verboten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Auch wenn ich 10 Meter von den nächsten Bäumen entfernt war und auf einer Bank und es war auch nicht Hochsommer oder sowas, ist es trotzdem verboten. Ich glaube, bis 100 Meter von einer Waldkante entfernt ist es verboten, in einem Wald ein offenes Feuer zu machen. Aber auch das hat eigentlich keinen gestört. Da sind mehrere Leute vorbeigekommen. Wir haben vielleicht mal interessiert geguckt. Da hat man auch mal geredet, aber das hat keinen rechtlich wirklich interessiert, weil jeder hat gesehen, mein Gott, der macht das hier in einem Bereich, wo mit einem Spirituskocher, selbst wenn der umfallen würde, nichts passieren würde. Ich hätte den Spirituskocher nehmen müssen, um ihn halb in den Wald reinzuwerfen, um da eine Flamme zu entfachen. Also sowas wie ein Gas- oder Spirituskocher ist natürlich schon nochmal was anderes, als wenn man ein richtig offenes Feuer macht. Wenn ihr ein Feuer macht, würde ich euch zu ein paar bestimmten Punkten raten. Mit das Wichtigste ist erstmal, welche Waldbrandgefahrenstufe habt ihr gerade vorliegen. Ist bei euch alles trocken, schon seit längerer Zeit und weht ein gewisser Wind und ist dann vielleicht auch noch allgemein gerade Hitze, also Hochsommer, wie wir zum Beispiel dieses Jahr hatten, vermeidet auf alle Fälle draußen ein Feuer zu machen. Ich weiß, es ist gemein, weil man möchte es gerne machen, aber vermeidet es bitte, eine normale Feuerstelle einfach auf den Boden zu bauen. Das ist extrem gefährlich, durch den Wind können die Sachen sonst wo hinwehen und dann brennt alles ab. Wir hatten gerade in der Lüneburger Heide zum Beispiel einen Fall, da hat die Armee Raketentests gemacht und die hat das Ding über Wochen nicht ausgekriegt. Ein Moorschwelbrand, der glaube ich an bestimmten Punkten immer noch anhält, ich habe mich da nicht weiter informiert, aber das ist unglaublich gefährlich, vor allen Dingen bei dem trockenen Sommer, den wir hatten und ich rechne damit, dass wir noch mehr trockene Sommer bekommen werden, selbst hier in Norddeutschland. Das heißt, ihr guckt vorher, ja Mensch, hat es denn die letzten paar Tage geregnet oder regnet es vielleicht oder ist es allgemein feucht, wenn ich gerade mein Feuer aufbaue, dann ist es halbwegs in Ordnung. Dann räumt bitte alles, was ja Zundermaterial ist, also vielleicht noch trockene Blätter oder so, ein bisschen zur Seite und dann kann man da relativ einfach ein Feuer machen. Dann guckt noch ein bisschen, dass ihr nicht direkt auf Wurzeln ein Feuer macht und wenn ihr Steine in der Nähe habt, legt vielleicht noch ein paar Steine um die Feuerstelle herum, dass nichts mehr ausbrechen kann. Und habt natürlich immer ein bisschen Wasser dabei und achtet persönlich immer, dass mindestens eine Person dauerhaft das Feuer im Blick hat, weil es kann sehr, sehr schnell passieren, dass mal einfach irgendwas anbrennt und dann läuft es einfach weiter und hast du einfach so einen Laufbrand und das ist nicht gut. In der Praxis kann man also sagen, seid bitte vorsichtig, macht so wenig Feuer wie möglich. Selbst in einer Buschbox, in Trangia, Spiritus und allgemein Gaskochern und so weiter, sehe ich das weniger kritisch und auch die meisten Förster sehen das relativ offen. Kommen wir nun zu ein paar Worten, die ich selber sagen möchte. Ich mache natürlich ab und zu mal draußen kleines Feuer. Ich habe euch schon gesagt, dass ich zum Beispiel auch mal in einem kleinen Naturschutzgebiet wirklich ein winziges Feuer gemacht habe. Das war so klein, aber ich habe natürlich auch durchaus Kritik dafür eingesteckt. Ich habe versucht mitzuteilen, warum ich das anders sehe als die Kritiker. Das wurde mehr oder weniger aufgenommen, das kommt immer ganz drauf an. Jetzt hatte ich zum Beispiel letztens ein kleines Video, da haben wir einfach draußen ein bisschen Feuer gemacht, haben auch vorher alles freigeräumt, aber dann ist ein bisschen was zur Seite umgefallen an Stock und dann haben sich zwei, drei Laubblätter angezündet. Das ist dann einfach so und ja, da gab es dann viel Kritik. Ich sage mal so, ich kann das nachvollziehen bei dem, was immer wieder passiert, aber ich möchte dazu ein paar kleine Worte sagen. Ich möchte auf ein paar kleine Sachen verweisen. Zum Ersten bin ich seit ungefähr, seitdem ich elf bin bei den Pfadfindern, habe immer wieder outdoor ganz viele Feuer gemacht, habe auch regelkonform gelernt, wie man ein Feuer macht und worauf man zu achten hat. Das heißt, wenn ich ein Feuer mache, dann überlege ich mir vorher, wie ist die Waldbrandgefahrenstufe, wie ist der Untergrund beschaffen, welche Gefahren gibt es und ich habe immer Wasser dabei und ich behalte immer das Feuer im Auge. Das ist einfach so. Zum anderen weiß ich über die rechtlichen Sachen natürlich Bescheid. Ich weiß, dass ich das hier darf. Ich weiß, dass das viele andere nicht dürfen in ihren Bundesländern, leider. Aber ich kann auch verstehen, dass es verboten ist, weil es kommt halt leider immer wieder zu dämlichen Waldbränden von Idioten, die das nicht drauf haben. Eine ganz kleine Sache gibt es halt noch. Ich kann verstehen, wenn jemand unter meine Videos schreibt, dass ich eine Vorbildfunktion habe. Das heißt, wenn ich das mache als einer von diesen vielen YouTubern, dann habe ich eine Verantwortungsposition und ähnliches. Ich kann das nachvollziehen, warum man das sagt. Ich sehe das aber ein bisschen weniger kritisch, als das gerne mal in den Kommentaren geschrieben wird von manchen. Das liegt einfach daran, dass es einfach viele Dinge gibt, bei denen man jedes Mal wieder sagen könnte, ach, hier hättest du noch mal darauf hinweisen können oder da hättest du noch mal darauf hinweisen können. Ich werde ständig auch darauf hingewiesen, du hättest noch mal sagen können mit dem Paragrafen 42a bei der Messervorstellung. Irgendwann erwarte ich auch mal, dass die Leute ein bisschen mitdenken. Ich kann nicht bei jedem Mal, wenn ich irgendwo ein Feuer anmache, die Feuerrechte durchgehen oder jedes Mal sagen, und übrigens, achtet bitte darauf. Und dann jedes Mal, wenn ich ein Messer habe, und übrigens, achtet darauf. Und dieses und jenes und welches. Wenn jemand Motorrad fährt öffentlich bei YouTube, dann sagt er ja auch nicht jedes Mal, und achtet bitte auf die Gesetze. Dass man auf die Gesetze achtet, ist für mich Standard. Und wenn man es nicht tut, dass man dann gute Gründe dafür hat, oder sich zumindest so weit auskennt, diese guten Gründe zu umgehen. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz gesagt haben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Schreib mir gerne deine Fragen unten in die Kommentare rein, wenn du noch welche hast. Ich weiß, das war jetzt sehr ausführlich, aber ich plabber halt gerne manchmal ein bisschen. Hier unten auf dem Button kannst du mich abonnieren, falls du noch weitere Tipps und Tricks-Videos im Outdoor-Adventskalender sehen möchtest. Da kommen noch ein paar. Und deshalb ist jetzt die richtige Zeit zum Abonnieren gekommen. Hier links und rechts oben findest du weitere Outdoor-Tipps- und Tricks-Videos. Und sonst sage ich Tschüss, Tschüss, bis zu den nächsten.